Dieses Video ist für dich, wenn du als Coach, Trainer und Berater keine Lust auf das Thema verkaufen hast oder auch als Dienstleister, aber weißt, dass du es machen musst. Bleib einfach dran bis zum Schluss, denn ich habe ein paar wirklich gute Tipps für dich. Also, das ist ja immer der Druck, unter dem so viele stehen. Du hast den Eindruck, dass du die Hälfte der Zeit deiner Arbeitszeit damit zubringst, Kunden zu holen, das heißt, Verkaufsgespräche zu führen, irgendwie so Akquiseprozesse zu machen, Dinge zu tun, damit die Kunden endlich kommen und endlich kaufen. Und ich kann dich so sehr gut verstehen. Ich hatte im Herbst 2018, hatte ich einige Monate, Wochen, Monate, da hatte ich am Tag fünf Verkaufsgespräche. Manchmal sogar sechs, manchmal auch nur vier, aber in der Regel im Schnitt waren es fünf. Und jedes hat ungefähr eine Stunde gedauert, ja. Wir waren im Hochpreis-Coaching oder sind im Hochpreis-Bereich unterwegs. Das heißt also, mein Glaubenssatz war, ich muss jetzt mit dem Kunden ein wirklich umfangreiches Gespräch führen, damit der dann kaufen kann, damit ich abschließen kann. Und wenn du da mal rechnest, dann sind das am Tag fünf bis sechs Stunden Nettozeit, aber du brauchst ja immer noch ein bisschen Zeit dazwischen, weil du musst ja mal zur Toilette gehen, du musst mal was trinken, du musst dich auch mal geistig auf deinen Nächsten einstellen und so weiter. Das heißt, ich bin aus meinem Büro definitiv nicht mehr rausgekommen. Und es hat ein paar Wochen gedauert, da habe ich es gehasst. Vorher war es so, da hatte ich nicht genug Verkaufsgespräche, da wollte ich unbedingt welche. Dann haben wir Maßnahmen gefunden, um das zu optimieren. Das heißt, Interessenten kamen und ich führte die ganze Zeit nur Verkaufsgespräche. Manchmal haben sich meine Söhne auch mit mir abgewechselt, aber generell war dieses Thema einfach ein zu großes Volumen in unserem Alltagsgeschäft. Und wir haben das dann irgendwann gelöst, weil ich war an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich will keinen Tag länger mehr so arbeiten. Ich will das nicht mehr machen. Und ja, dann haben wir das anders lösen können. Und das, was wir heute machen, Entschuldigung, ich habe hier was im Auge. Das, was wir heute machen, das nennt sich Social Selling. Vielleicht kennst du sowas. Vielleicht hast du den Begriff schon mal gehört. Vielleicht hast du aber auch keine Ahnung, wie das geht. Und ich möchte dir ein bisschen was dazu erzählen. Diese alte Art und Weise des Marketings, die funktioniert nach meinem Dafürhalten sowieso nicht mehr richtig. Das heißt also dieses, ja, dass du Leuten immer erzählst, was sie für ein Problem haben. Und dann zeigst du ihnen auf, wie der Himmel wäre und so weiter. Ja, also du kennst es wahrscheinlich. Du hast tausendmal diese Mails gelesen oder diese Posts gelesen, wo dann oben so Bullet Points stehen. Kennst du das auch? Du hast als Problem 1, Problem 2 und so weiter. Ja, und dann wird das Sende aufgelöst. Und das ist so altes Marketing. Das hat gut funktioniert. Ich habe es auch gelernt. Ich habe es sogar gelehrt. Aber ich glaube, es ist heute nicht mehr funktioniert. Die Zeiten verändern sich halt schnell. Ja, und inzwischen ist es halt gerade bei diesen Beratungs- und Coaching-Dienstleistungen immens wichtig. War es wahrscheinlich schon immer, aber es kommt immer deutlicher zum Vorschein. Es ist immens wichtig, zu wissen, was der Kunde kauft. Und der Kunde kauft nicht ein Produkt, sondern der kauft dich. Also das heißt, der kauft deine Energie, dich als Person. Da vertraut der. Und nicht, dass du irgendetwas kannst. Es wird vorausgesetzt. Ja, eh. Also habe ich auch in einem anderen Video schon mal gesagt, dein Können wird vorausgesetzt. Und das heißt also, wenn du jetzt ein umfangreiches Verkaufsgespräch führst, weil du vielleicht auch gelernt hast, sag bloß nicht vorher den Preis und so weiter. Da frage ich mich natürlich, warum eigentlich? Weil wenn ich zu Porsche reingehe, sehe ich doch auch die Preise. Dann druckst doch auch der Verkäufer nicht ewig rum und sagt, ja, hm. Und dann setzt er sich eine Stunde mit mir hin und erklärt mir, was da für Vorteile sind und so weiter. Und dann hinterher kann ich es kaufen. Es darf transparenter sein, ja? Und indem es transparenter ist, braucht es eigentlich auch diese umfangreichen Durchbruchssessions, Erstgespräche, keine Ahnung, wie sie überall heißen, braucht es eigentlich gar nicht mehr so in dieser Form, ja? Natürlich ist es auch so, dass wenn jemand bei uns interessiert ist und irgendwas nicht versteht oder so, natürlich kriegt der Antworten, ja? Das ist gar keine Frage. Aber die Konzentration, der Fokus liegt überhaupt nicht mehr auf diesen komischen Gesprächen. Komische Gespräche, das ist jetzt eine Bewertung von mir. Ich habe sie irgendwann gehasst. Sorry. Aber es ist einfach so. Ja, wenn du sie super gerne machst, dann mach sie. Aber dann frage dich auch, ist es nicht vielleicht für dich sogar besser? Du machst das professionell, anstatt dass du dich als Coach so viel Zeit damit beschäftigst. So, was du aber machen kannst, wenn du sie nicht so magst. Natürlich kannst du es zum einen auslagern. Aber ich sage dir, auch das erfordert, dass du dich immer wieder abstimmst. Auch das erfordert, dass du immer wieder im Gespräch bist, eventuell die Leute schulst, ja? Hatten wir auch eine Zeit lang. Wir haben dann Leute geschult. Das hat mich sehr, sehr viel Zeit gekostet, weil ich mir am Anfang die Gespräche auch immer angehört habe und so weiter und so weiter. So, das war für mich auch nicht das Rätsel ist Lösung. Das, was aber viel, viel einfacher ist und was auch überhaupt nicht kostenintensiv ist, ist Social Selling. Social Selling ist eben das, zu verkaufen ohne zu verkaufen. Ja, das heißt, der Kunde möchte etwas von dir kaufen, aber du verkaufst es ihm nicht. Denn sind wir mal ehrlich, Menschen kaufen gerne, ja? Also ich kaufe unheimlich gerne, aber keiner bekommt gerne was angedreht und da stimmst du mir vermutlich zu. Und genau das ist dieses komische Gefühl, was viele Coaches und Berater eben befällt, wenn sie so ihre Dienstleistung jemandem anbieten. Da haben sie so das Gefühl, boah, jetzt muss ich dem das so andrehen, ja? Das ist irgendwie so billig. Und nee, das will keiner. Da hat keiner Lust drauf. Brauchst du auch nicht. Also im Social Selling kommt es in erster Linie darauf an, Vertrauen aufzubauen. Vertrauen. Es geht um Vertrauen. Menschen wollen dir vertrauen. Und ich sage dir wirklich, und du darfst mir echt glauben, ich habe Produkte in den letzten Jahren gekauft, die haben 100.000 Euro gekostet, 120.000 Euro gekostet, Coaching-Produkte, ja? Und ich habe sie jeweils ohne Verkaufsgespräch gekauft. Also eins, da hatte ich ein Verkaufsgespräch, aber nur, weil die das wollten. Ich hätte keins gebraucht, aber die haben da drauf bestanden, ja? Und ich denke mir, weil die Verkäuferin da halt Prozente kriegt, ja? So, und das heißt, für mich war das von vornherein klar, ich will das haben. In dem Moment, wo du deinen potenziellen Kunden noch überreden musst, ja, ist es gar keine gute Basis, ja? Und wenn du ihm die ganzen Vorteile in einem einzelnen Gespräch aufzählen musst, ist es eigentlich auch keine gute Basis, weil du hast dann, du musst dann so kämpfen. Aber das ist nicht, das ist nicht der richtige, das ist nicht richtig gut. Also da steigt dann auch so, der potenzielle Kunde hat dann vielleicht hinterher auch die Erwartungshaltung, dass du alles für ihn machst oder so, ja? Was wäre umgekehrt, wenn der potenzielle Kunde totale Lust drauf hat, mit dir zusammenzuarbeiten, wenn er unbedingt bei dir kaufen möchte und wenn du entscheidest, passt es ja oder nein, ja? Oder im Zweifelsfall, ihr entscheidet es beide. Aber eben nicht dieses, ich muss dem anderen jetzt was verkaufen, ich habe ein Verkaufsgespräch. Also ich meine, alleine der Name Verkaufsgespräch sagt doch schon alles, ja? Der sagt doch schon, hier muss was verkauft werden. Und wie gesagt, also ich mochte es nicht. Und es geht dann also darum, dass du im Vorfeld so viele Dinge lieferst, die das Vertrauen aufbauen, dass der andere bei dir kaufen möchte. Und jetzt bleib mal dran, weil ich spreche jetzt noch drüber, was das genau ist. Also, natürlich musst du deine Expertise ab und zu zeigen, ja? Es sei denn, du hast einen Meganamen, also einen Social Proof in irgendeiner Form, dass man sagen kann, du bist super berühmt und dich kennt man schon für das Thema XY, ja? Also wenn du fünf Bestseller dazu veröffentlicht hast und die Leute kennen dich wirklich, ich meine jetzt nicht diese selbstgemachten Amazon-Bestseller, die so zehn Leute kennen, am besten noch Kollegen und die dann in irgendeiner Kategorie Bestseller geworden sind, nur nicht in der, wo sie eigentlich hingehören und so weiter, kennst du vielleicht auch diese Tricks. Aber darum geht es jetzt auch gar nicht, sondern du musst richtig bekannt sein. Das heißt also, die Presse muss über dich berichtet haben und so weiter. Also dieser Proof muss da sein. Und das kannst du entweder nutzen oder aber du baust den auf, ja? Also, dass die Leute wirklich wissen, du kannst etwas. Können sie sowieso nicht 100 Prozent beurteilen, kann keiner. Aber das ist nun mal so, sie müssen ein Gefühl dafür bekommen. Sie müssen davon ausgehen können, vom Können her bist du der Richtige. So, und dann müssen sie an dir andocken können. Wir nennen es digitales Charisma. Es gibt an einer anderen Stelle dazu auch ein Video. Und das ist ganz wichtig, dass du das entwickelst, weil ohne das wird es kein Social Selling geben, ja? Also Social Selling gibt es dann, wenn du digitales Charisma hast, wenn Menschen so auf dich stehen, deine Fans sind, dass sie unbedingt bei dir kaufen wollen. Und das sind Prozesse. Also diesen Prozess, den baust du halt auf über soziale Netzwerke, über Plattformen und so weiter. Da, wo die Leute dich wahrnehmen können, ja? Bücher können natürlich auch dazu zählen, Artikel und so weiter, Interviews, ja? Das sind alles Dinge, die dazu beitragen können, diesen Proof bei dir zu unterstützen und dieses Vertrauen aufzubauen. Und da können die Menschen spüren, ist derjenige in derselben Energie unterwegs? Und wenn ja, dann haben sie Lust, bei dir zu kaufen. So ist der Prozess, ja? Natürlich gehört auch noch eine Menge Mindset dazu. Das heißt also, das, was du denkst, und deine Energie so zu erhöhen, dass der andere andocken kann. Weil wenn du in einer lowen Energie unterwegs bist, kann ich dir auch sagen, es wird schlecht funktionieren. Weil Menschen spüren die Energie, auch über soziale Netzwerke hinweg, auch in Videos und so weiter. Menschen spüren das. Bist du in einer hohen Energie? Die Menschen spüren auch, machst du das aus Beweggründen, wo es nur darum geht, jetzt irgendwas zu verkaufen? Oder machst du das aus Beweggründen, weil du die Welt verbessern willst, weil du was weitergeben willst und so weiter. Verstehst du? Und darum geht es. Also das darfst du vermitteln. Und dann geh mal davon aus, dass die Interessenten kommen und dass du sie auch so wandeln kannst. Also, dass du einfach beispielsweise, wie das früher auch der Fall war ohne Internet, ja, wenn wir Seminare gegeben haben, wir haben eine Seminarausschreibung gemacht, wir haben gesagt, das Seminar findet dann und dann dort und dort statt. Das kostet das und das. Du bist verbindlich angemeldet, wenn du überwiesen hast. Ja, Kontonummer drunter, fertig. So ist es gelaufen. Und ja, eigentlich dürfen wir wieder back to the roots, das Ganze halt nur im Internet. Ich hoffe, dieses Video konnte dir die Angst vorm Verkaufen nehmen, weil du verkaufst sowieso ständig. Und ich hoffe, dass du ganz erfolgreicher Social Seller wirst. Und wenn nicht, wendest du dich bitte an uns, weil wir können es dir auch zeigen.